Weiter geht es mit ein bisschen Gameplay aus Assassin's Creed Origins. Wie ich schon versprochen habe, machen wir jetzt am Anfang eines jeden Streams ein neues Papyrus-Rätsel. Das nächste Papyrus-Rätsel, was ich mit euch machen will, ist das von der großen Synagoge. Auf dem Fall ist das ein neues Papyrus, das ist ein neues Papyrus. Oh, ich bin mit euch. Ich bin mit euch, dass du die Beine auf der Erde auslässt. Oh, du bist der Liebe und du bist. Wie immer sie in der Mark aufpassen, was in die Lage ist, wenn du dich erinnert. Oh, du bist der Sonnach. Du bist der Sonnach. Was ist der Sonnach? Wichtig ist der Sonnach, wichtig ist der Sonnach. Halt! Bleib stehen! Alle anderen reiten auch vorbei. Also hier sind wir bei der Seenübüge. Und da haben wir auch schon unser Papyrus. Es wird ja immer einmal über dem Gebäude und einmal an der Location gezeigt. Wir müssen jetzt also nach Kanaposnopel. Kanaposnopel. Bei Hilfe hier müssen wir rüber. Also gehen wir gleich da her. Wie heißt das Rätsel? Das sind jetzt die, die wir schon gelöst haben. Nein, nein, hier unten. Im östlichen Teil, Kanaposnopel, liegt ein verwüstetes Land, wo viele Bäume fielen, ihre Heimat. Ich bin ein beim Waisenbaum, dessen Eltern in der Nähe fielen und auf die gemeinsame Tochter zeigen. Wo müssen wir hin? Also schauen wir mal, ob wir zwei Mütter finden, die auf ein Kind holen. Das war wohl eine Schlange. Das ist das, wo die Schlacht getobt hat zwischen, glaube ich, Cäsar und Apeus-Truppen, beziehungsweise zwischen Cäsar und den ägyptischen Truppen. Wir schauen mal, was wir hier sehen, also, wir finden hier, una mamma e un'altra mamma e questo e la torta, sorgera. Da ist die Tochter. Das war nicht Latein, oder? Eine kleine, naja, die ist aber schon sehr klaust, die Arme. Und? Den hatten wir auch schon mal. Okay, weiter geht es mit einer Quest, nämlich der letzten, also der letzten, die ich im Augenblick ausgewählt habe. Also schauen wir mal. Ich denke, dass das ist in, in, in auch wirklich. Welchen Tempel meinen Sie? Da unten? Oder weiter? Nee, das muss da unten sein. Ich denke, das ist gut. Jetzt ist es nicht mehr. Oh, nein. Oh. 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 Die Filakitai überwachen die Straßen, Mejai. Wir müssen zum Kanal. Dort sollten wir ein Boot nehmen. Ich spicke jeden mit Pfeilen, der sich uns in den Weg stellt. Seid wie Amun, Priester. Vielleicht können wir euch unbemerkt hinausbringen. Ich stelle die Arbeit. Was? 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 Was spied to fight a better soul? kommt er mit auch er mitschwimmt Serapis führt uns schnell jetzt auch Was ist das? Ist das ein Mensch? Ist das ein Mensch? Ist das ein Mensch? Wir sind eine Mauer. Brüder, ich darf nicht scheitern. Du kannst nicht fliehen, du kannst nur sterben, Rebell. Versteckt euch! Ich kümmere mich um diese Wachen. Tja, das nennt ihr Kämpfen? Greif mich! Scheiße, ist der Irre! Ihr könnt wieder rauskommen. Ich... ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Die Verschlingerinnen und Apophis müssen erfreut sein. Und der Geruch... der Gestank... Man gewöhnt sich dran. Tatsächlich? Nein. Bayek, Priester werden selten dazu berufen, dem Volk zu dienen. Und nun büße ich dafür. Ihr sollt den Göttern dienen, Priester, nicht dem Volk. Aber ist das genug? Die Götter haben Wünsche, Bedürfnisse. Aber dir hat das sterbliche Volk doch auch, nicht wahr? Ich fürchte, diese Frage können andere besser beantworten. Hey! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Serapis, sei Dank. Wo waren wir noch gleich? Wo müssen wir denn hin? Da hin. Nox! Sie erlauben! Hey, fair! Ich pass besser auf! Nieder mit den Verrätern! Wer ist? Die ohne Erlösung! Nein! Schnitt doch! Ich krieg dich! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Ich spieß ihn auf! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Du kannst nirgendwo hin! Ich finde dich sowieso! Hey, Moment mal! Serapis, sei Dank. Nun, was haben wir gerade getan? Oi! Es ist Maison aus Afrosinis! Ich dachte eigentlich, das hätte ich auch schon fertig gehabt. Wir müssen vorsichtig sein, Mensch. Das ist genug, Brrrr! Oh! Hier trennen sich unsere Wege, Medjay. Ich bin nun kein Priester mehr. Lysander war mein Name. Es wäre schön, wieder Lysander zu werden. Dann gehe in Frieden, Lysander. Du auch, Medjay. Bayek. Vielen Dank. So, und nun müssen wir unsere nächsten Aufgaben suchen. Ich habe zwar die meisten natürlich auf dem Weg schon einkassiert, aber doch nicht alle. Wie ihr seht... Ah, da unten. Also machen wir die noch. So, wo sind wir jetzt da? Wo ist das? Nicht, dass wir wieder in die falsche Richtung hier runterspringen. Trotz Trick und allem. Oh! 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 Fon-fonnissas-de-Dunike? A-ma-xachem! Oh! Morias para-skevasmata-tuh-girion! Idiotin! Ogalos! Evge! Ah, netzi! Netzi! Weg da! Jetzt dich für was ganz Besonderes! Überlass das mir, Kyrios! Hey, was? Wir doch! Uschi! Dafür lass ich dich rein! Du bist tot! Ah! Deine Zeit ist abgelaufen! Das wärst du noch bei rein! Oh! Du bist tot! Hey! Zeit zu sterben! Oh! Den wollte ich ja gar nicht! Oh! Das bedeutet Ärger! Was? Oh! 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 Wir müssen den Mischen machen. Tephibi, du bringst mich noch ins Grab. Nein, Mutter. Ich bringe dir die Erlösung. Medjay, ich brauche Hilfe. Mal wieder. Mein dummer Sohn hat meine Opfergabe in seinem Papyrus vergessen und mit ihm verloren. Ich kann mein Öl ohne den Segen nicht verkaufen. Nein, nicht verloren. Die Wachen nahmen es. Diese Papyrus ist mein Leben, Medjay. Diese Wachen gehen zu weit. Da sind alle meine Notizen drauf. Und sie warfen sie einfach auf ein Boot. Ich werde mir das mal ansehen. Und ich werde dein Opfer finden, Mütterchen. Ich bin zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, so weit zu diesem Stream, meine Lieben. Bis zum nächsten und da bis dahin habe ich dann noch neue Missionen für euch.